Hallo ihr Lieben, heute möchte ich euch das große Blablabla aus dem Karl Auer Verlag näher zeigen. Das Buch hat 28 dünne Seiten, kostet 19,95 und wird für 3- bis 5-Jährige empfohlen. Im Buch Blablabla geht es um Monsieur Quassel, der für sein Leben gern redet. Er spricht so dermaßen viel, dass ihm seine Freunde den Spitznamen Blablabla gegeben haben. Das Problem mit Blablabla ist, dass er wahrlich nur sich selbst gern reden hört und niemand anderes zu Wort kommen lässt. Das wird auf Dauer für seine Freunde anstrengend und sie versuchen ihn zu meiden. Blablabla bemerkt das nicht und auch nicht, dass er seinen Freunden auch mal nicht gut geht und sie drüber reden müssen, wie hier sein Freund René zum Beispiel. Und ja, wie gesagt, er achtet gar nicht auf seine Mimikgestik und redet wie immer nur von sich selbst. Eines Tages jedoch ist Blablabla vom Anblick seiner plötzlich kleiner gewordenen Ohren schockiert und geht zum Arzt. Dieser sagt ihm, dass er auch mal den anderen zuhören sollte und so das Problem wieder behoben werden könnte. Blablabla nimmt diesen Rat an und versucht nun auch mal anderen zuzuhören, wie zum Beispiel seinen Freund René oder hier dem Postboten, der sich zuvor vor ihm immer versteckt hatte, damit Blablabla ihm kein Ohr abkauen konnte. Ja, und so wachsen seine Ohren wieder und er bekommt seine Freunde zurück. Das ist eine wirklich interessante Geschichte, die ich für sehr sinnvoll halte, weil es viele Kinder gibt, die ebenfalls keine Kräften kennen und man sie mehrmals bitten muss, auch mal eine Pause einzulegen und mal Luft zu holen. Vielleicht hilft solch eine Geschichte, um diese Thematik mit den Kindern durchzusprechen und zu zeigen, dass man auch mit ein wenig weniger Worten Freunde und Spaß haben kann. Fand ich gar nicht schlecht, muss ich sagen. Habe ich bisher diese Thematik noch gar nicht in einem Buch gehabt. Deswegen finde ich das sehr, sehr gut gelungen hier. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal und schaut auch sehr gerne meine weiteren Videos an. Macht's gut! Vielen Dank!